Hey, ich weiß, ich habe verkackt die letzten Tage, aber wir sind alle Menschen. Mein Management hat sich von der Seite gezeigt, wie es nicht für richtig ist. Ich habe jetzt mein Management gewechselt und distanziere mich von allen Sachen, die da gemacht wurden. Ich werde mir jetzt eine Pause von Social Media von einer Woche nehmen und über alles nachdenken und mich als Mensch weiterentwickeln. Danke für euer Verständnis. Das ist das 101, was man machen muss. Wenn dein Management sowas macht, dann machst du das. Das ist das 101, jeder weiß das. Das ist das Einfachste. Bro. Und danach blendest du ihn hier ein. Warte. Boom. Perfekt, Digga. Du bist adoptiert, Junge.